Ich muss oben hin. Nein, jetzt ist wieder Tag. Aufpassen, immer noch Viecher überall. Ja. Nicht nur so viele wie vorher. Ein Vetter kommt angerannt, aufpassen. Wo? Aufm Haus, hinter euch, hinter euch, hinter euch, hinter euch. Nein, das ist das Schließen. Nein, das ist das Schließen. Ich hab's nur Rennen sehen. Sassi, warte, ich geb dir ne Iron Black Armor. Deinen Helm. Deine Jeans. Eine Cloth Armor, Scrap Boots. Bleibt am Thema, gib mir so viel wie es gerade geht und was nötig ist und den Rest machen wir dann. Das ist alles, was ich dir geben konnte. Ich kann dir noch einen Mining Helm entgeben. Ach Quatsch, passt schon. Hab ich schon, liegt da. Hast du meinen Mining Helm verloren, nicht so schlimm. Ne, ich hab ihn dir gegeben. Nimm ihn aus, Sassi. Oh, ich nehm ihn auf, ich hab ihn schon. Zum Glück ist die Burg jetzt sicher. Okay. Okay, jetzt müssen wir uns noch rumschauen, ob hier noch Schlafsäcke, äh, Rucksäcke irgendwo liegen. Ja, äh, weil meiner ist halt... Ich hab deinen aufgenommen irgendwann. Ich hab alle aufgenommen, die da waren. Oh, du bist der Schatz. Oh, die Brücke stürzt immer noch teilweise ein. Ich versteh das. Nein, die Burg ist, die Burg ist voll stabil. Äh, Wespe am... Ich will den Honig. Wespe am östlichen Ende unseres Hauses. Ja, hoffentlich kommt sie her. Ich will ihren Honig. Na komm her. Na komm. Du halluzinonierst doch. Die Burg ist super. Nö. Wo sind die überall eingestürzt? Da ist sie. Da fiel den Burg. Zwei. Die Wespe will mich gar nicht angreifen. Den hat jemand weggebaut. Vielleicht sind dort die Spinnerzombies hier gekommen. Ich hab noch eine Iron Chest Armor dabei für jemanden, der sie will. Ja. Den will ich. Ich steh... vor dem Haupteingang. Ich komm gleich in Ordnung. Auch wenn du über den Beton drüber läufst, jetzt die Burg ist fest. Wer hat Schaden erlitten? Verrate ich nicht. Hm. Und ein Rucksack ist verpackt, wenn er von mir. Der ist irgendwo in der Erde oder so. Lanz, Lanz, Lanz. Wo ist sie denn? Vor dem Haupteingang, hier bin ich. Die Wespe ist noch da, bitte kill die erst mal. Wo? Oder nö, das ist ja schließen schon hinterher. Ja, eben. Der schließen hat mir meine Arbeit abgenommen, von dem her. Rizal, siehst du die Wespe? Wir jagen die Wespe, dann kriegst du sie. Ich krieg sie nicht zu weit, sag. Ich krieg sie. 52 Wasser. Ihr müsst nur eins sammeln. Ihr müsst nur eins sammeln, ich krieg sie. Die Spikes. Boah, die ist so übel, die Wespe. Ja. Komm runter, wir können wenigstens nicht mehr schießen. Ja, da ist sie. Okay. Ja, die konnten ja schießen. Riz bleibt stehen. Ey. Sorry, ohne. Iron chest armor, braucht noch jemand Scrap-Lag armor? Ne. Ähm. Nein, hab ich schon. Oder ein Minenhelm. Minenhelm könnte ich gebrauchen. Ja, Scrap-Lag könnte ich. Ja? Okay, ich komm zu dir. Warte, ich... Ja, ja. Kill die, kill die. Ich... helf dir. Oder... brauchst keine Hilfe. Da ist noch rechts einer auf der Straße. Oh. Oh, oh. Warte. Ich komm zu dir. Ja. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Oh, die Zombies längst auf dem Wald. Also... Sie losten. Okay. Wir killen die erst noch. Wir killen die erst noch. Wir killen die erst noch. Wer auch immer bei der Haustür auf dem Gelassen hat. Hast du jetzt das rausgeschmissen? Ähm, noch nicht. Okay. Ne, wir killen erst nur die drei. Welche? Die vor mir sind. Ach, da. Okay. Hinter dir, Rizurai. Hinter dir auf der Straße. Schniesen, ich schmeiß raus. Lieg da. Jo. Leck hast du rausgeschmissen. Arms. Braucht ich. Ne, Leck hab ich gesagt. Echt? Ja. Warte, jetzt hab ich zwei. Okay. Kannst du ja oben in die Rüstungskiste ablegen. Probably. Die war schon tot. Ähm... Clean and Sweep außenrum. Schniesen. Riz. Ich folge euch. Clean and Sweep außenrum. Oder folgt mir, ja. Wer ist? Ach so. Rechts, 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 rechts. So, Henri. Ausputz. Ich glaub, das ist nicht so, wie ich das gemacht hab. Gunter? Ja. Du arme. Ja. Was war? Hass. Wer war's? Niemand. Die Spikes? Ja. Wir lieben sie. Oh ja. Da hast du ja keine Ahnung. Jeder liebt die Spikes. Jeder liebt die Spikes. Es tut mir leid. Und ich starb halt immer an derselben Stelle, was? Ich lern auch nicht raus. Ich mach die Lotterie. Ja? Dabei haben wir ganz viel Essen. Ich hab sie beim ersten Mal schon verloren, aber ich hatte sie in der Hosentasche und dann kann ich sie auch schon essen. Habe ich vielleicht sogar noch Penicillin dabei und dann hab ich nicht. Ja, ist es bescheuert, aber ich hab Goldenrod dabei. Ja. Er findet's halt auch einfach lustig. Eben. Ich hab nicht gelacht. Ich find's lustig. Ich find's auch lustig, wenn ihr darüber lacht, wenn ich so blöd bin und nicht selber vergifte. Was ich gemacht hab und was ich jetzt ändern muss. Aber nicht die Tür offen lassen. Ihr wischt, was wird's über die Häuser hin und her laufen können, ne, Biene? Wo? Gott, wo kommt das ganze, die leeren Gläser hin? Ich hab doch erst 50 Stück aufgefüllt. Wollt ihr mich verarschen? Nee. Wie ihr sagt, ich hab euch gekauft. Ich hab gleich auch noch wieder welche. Ja, ich mach ein paar. Bis froh, dass wir überhaupt leere Gläser haben, meine Gläser gehen da kaputt. Mhm. Unlocked. Guck mal nicht rein. Ich geh jetzt mal ins Bergwerk runter. Gleich nachdem ich hier noch ein bisschen aufgeräumt hab. La la la, die Schlange. Die Schlange? Dein Penis? Ja. Schniesen? Ja, bitte. Nimm mal die leeren Flaschen von mir auch auf, bitte. Hast du ihn geschmissen? Ähm. Ja. Und ich schmeiß hier auch noch 15 volle hin. Und nochmal 12 leere. Und nochmal 13 volle. Soll ich die alle einräumen? Ja, bitte. Weil ich jetzt mal kurz ins Bergwerk runter springe. 10 Madison Stew haben wir 30 vegetable stews, 45 blueberry pies. Nice. Ich brauche ein bisschen was. Ich brauche ein bisschen was. Welche Kiste ist denn das Riz? Naja, die Essenskiste. Und? Das ist keine Antwort. Essenskiste? Welche ist das? Die Essenskiste? Ich habe eine Orga in der Hand. Oh Gott. Du lockst jetzt alle Zombies an. Ich dachte ich soll Eisen besorgen. Ja. Ich habe aber schon Eisen in die Kiste. Hast du das wenigstens angeschaut? Ja, das war ein Stack war das. Das ist so viel nicht. Ingots? Ein Stack Ingots, ja. Das ist schon eine Menge. Aber wir brauchen halt eine Menge Forged Iron, um unsere Waffen und Werkzeuge zu reparieren. Ja, ich weiß. Aber hey, ich habe auch noch Forged Iron Stack reingelegt. Ja, da habe ich aber schon die Hälfte von verbraucht. Sorry. Für die Rüstungen? Nein, warum denn? Sorry. Ist halt so. Ich habe halt die andere Hälfte für mich behalten, um Metal Trussings zu bauen, ne? Jo, doch, den wir schon. Rüst, ich kann mich nur bedarftiges Essen. Alter, die haben ähm... Ja, ich bin noch dabei, es kommt auch noch mehr Wasser. Ja, aber du hast das Wasser gewöhnt. Schwächer und ähm, leiser. Ja. Aber ich sehe hier unten noch keine einzige Eisenader, also. Komm. Viel schwächer, also ob es die überhaupt noch bringt bei dem Verbrauch. TNT, TNT. Ja. Rüst will immer gleich alles sprengen. Ist ja auch schön. Ich habe noch ein paar Shotgun Munis und 9mm Muni dabei, die ich aus irgendeinem Rucksack aufgenommen habe. Neun Millimeter ist mein... Übrigens, die Nagelpistole ist der bessere Hammer. Achso. Die Nagelpistole ist der bessere Hammer. Du brauchst Nägel mit Elektrik. Und einen Nagel kannst du mit einem sofort upgraden. Okay, das ist also keine Waffe. Das ist keine Waffe. Die Nagelpistole ist zum upgraden. Also wahrscheinlich kannst du auch normal schießen damit, aber eigentlich ist es der Hammer. Jawoll. Du brauchst noch einen Nagel plus eine Ressource. Du brauchst zwei Ressourcen mit dem Hammer. Ja. Also die Orga ist, wie gesagt, sehr viel angenehmer in der Lautstärke, aber sehr viel schlechter in ihrem Abbauverhalten. Da weiß ich gerade nicht, ob es sie überhaupt noch bringt. Okay. Kann ich dir helfen? Gerne. Ich lege erstmal noch ein bisschen Benzin oben ab und hole mir noch ein paar Fackeln. Damit ich nicht alles Benzin verbrauche. Also ich habe bisher noch kein Eisen gefunden hier unten. Ich grab gerade noch mal auf blind rum. Wollen wir irgendwie ... Ah, du bist hier nach unten gebaut. Genau. Wo ist denn die Polizeistation? Oben oder unten? Oben. Also Norden oder Süden? Das sieht man auf der Karte mit meiner Mauer. Nein, ich sehe die fast noch. Aber die ist im Süden. Dann lass uns nach Norden, genau. Die ist im Norden. Die Polizeistation ist voll im Norden. Ja, dann lass uns nach Süden bauen. Okay. Gunter? Ja. Das war da, wo ich runtergegangen bin eigentlich. Ich habe mir was Schönes gemacht, ne? What? Ich muss mal gucken, ob dir das gefällt. In die Kiste? Nein, nein, über dein Haus. Ich bin auf dem Weg nach meinem Haus. Schöne. 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 Ich baue vornehmlich, um eine Fackel anzubringen. Da gerade rein. Soll ich parallel von dir noch mal einen Sturm bauen? Vielleicht gehst du einfach in die andere Richtung. Weil ich mache jetzt einfach mal meine Elf Kanister, die ich dabei habe. Und mache ich leer. Elf habe ich nach oben gelassen. Und der Erste, der Eisen findet, sagt dem anderen Bescheid. Boah, ich habe einen Zugang zur Brücke. Ja, wo bist du? Ich bin gerade auf dem Weg in mein Haus. Ja, geh mal raus. Also das kann sein. Ja, komm mal her. What what? Hey, hast du einen Rucksack? Ja, weil mein auf dem Brink hat das noch nie so lange. Also Alex, wir müssen die Block Resistance wieder runter setzen, weil man kann nicht mehr Berg bauen. Okay. Ist nicht drin. Also hier, schau ja. Die Kamera hoch. Oh. Ach so. Und dann kannst du hier über das Brücken-System laufen. Oder du kannst noch auf die Brücke. Ja, du kannst natürlich noch Treppen drauf machen. Alter, wo hast du hier unten einen Eisen gefunden? Ja, da war es doch schön. Aber das ist doch schön. Das war dann. Lasse ich dir jetzt imaginär ein. Danke. Oh, ich hab noch was im anderen Haus gehabt. Oh, fack, fack. Hier. Warte, warte. Ich hab's gedacht, im anderen Haus ist das Eisen. Ich hab Kohle gerade gefunden. Bei Kohle ist alles Eisen. Kohle ist alles gut. Ja. Dann kann ich die Block Resistance wirklich jetzt oder runter stellen? Wenn wir sie jetzt runter stellen, dann machen die unsere Haus in XY platt, ne? Das Problem ist die Block Resistance. Wenn die runter ist, dann können die Zombies und das ist nicht proportional. Das heißt, wir tun uns dann leichter am Abbau, aber die Zombies sind sich viel leichter am Abbau. Eisen. 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 Bei mir. Eisen. Auf den Weg frei. Zombie. Die Leute gucken, wir hören die Ohrgärm. Ihr müsst sagen, wie ne Hilfe braucht. Wo ist ne Eingang eigentlich? Unds Bergwerk? Ähm, im Erdgeschoss unseres Haupthauses. Achso. Ah, genau. Ich mach uns mal ne Fackel hin. Ich hör sie die ganze Zeit. Ich auch. Aber ich seh sie nicht. Oh, ich seh sie nicht. Oh, 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 oh. Kann man sich aber auch gut verlaufen. Ja. Du musst denn das was nach unten geht Richtung Süden. Naja, das muss man noch hinterholen. Braucht mir das Feld auf dem Dach noch? Auf dem Haupthausdach? ja nein brauchen wir nicht mehr nehmen wir sind riesiges und zwischen unseren häusern ist ja auch noch ein großes und als polizeistation bin ich dann auch einfach mal ein großes brauche ich würde dann aber ganz gerne mal ein bisschen bauen von unserer burg aber wir haben zombies über uns wir befinden uns westlich des haupt südwestlich des haupthauses keine angezeigt ich sehe keine wir hören ein paar nicht nicht unbedingt viele aber viele von meinem headset ist gleich im arsch ja kann ich aber nur mit einem usb port in der nähe den ich nicht habe oder nimmst ein ladekabel das ist eine gute ade hier unten glaube ich das problem ist ich habe keine stecke zu den nahrung es ist trotzdem nicht nah genug das war das ich habe mich schon gewundert was das war richtig ich habe zwar schon einiges an scrap leider aber das braucht ja wahnsinnig viel es sind immer noch zombies bei uns gehören sie ja ich bin drüber okay ja es sind ein paar da schauen wir mal wenn ich bin gestorben ist wissen wir es ja genau oh ja oh ja brauchst du hilfe es sind so 20 stück soll man hochkommen ob ich Hilfe brauche ja Chris er braucht Hilfe ich brauche aber erst noch einen Erste-Hilfe-Kasten weil ich bin so gut getot aber das sind so volle Arten ja da kommen wir doch wieder runter sind sogar ein paar mehr als 20 wo geht es raus wo geht es hier raus es sind 500 sind 500 ich bin schon längst oben es kommen massen es kommt tonnen massen ja lustig wird es die ogre die ogre hat gezogen die ogre ist so scheiße in ihrer geilheit ist diese scheiße alter die sind drin ne es war nur ein Spinnenzombie der immer vor unserer Tür ist ja oh das ist ja cool ganz viele Spinnenzombies killt die ah wie soll ich kommen von ganz weit weg schon alle du musst mehr SMGs machen für uns alle mehr Muni also wo sind jetzt die anderen wo sind die anderen ich hab bald keine Munition mehr ich lenk sie ab oh auf und treiben wir uns im Garten wow ja zumindest sind sie langsam du musst zählen lernen 1, 2, 3, 500 ja das Problem ist es sind sehr sehr viele und es werden immer mehr aber es ist Tag die können wir mit der Hand fertig machen ok da komm ich jetzt auch hinunter das ist halt ziemlich scheiße hier unten weil man immer keine guten klaren Kopfschütze hinkriegt ja vor allem weil die ganzen Spikes hier irgendwie Harry and Willy Weg da, Weg da, ich schieße, ich helfe euch Wir wollen nicht so viel schießen Alex Battiente 10 cheers Of course Von hier oben hören sie nämlich net Doch, die haben keine Höhenunterschied Ist nicht nicht die leichteste Stu общем, oder? Ist die zweitыватьeste Ich glaube, wir zwei�izensteil mit ist die zweite stufe bringt aber nicht mehr auf dem dach wollen sie machen mehr schicken crawler bei dir die das dann wird schwer zu treffen mussten bogen nehmen ich helfe euch wir haben sie doch bald alle wo sind sie